Der SV Lafnitz hat am Samstag in der achten Runde der 2. Fußball-Liga den dritten Sieg eingefahren. Der Aufsteiger gewann auswärts gegen Austria Lustenau mit 3 zu 1 und verbesserte sich damit auf Rang 8. Die Gastgeber blieben Tabellensechster. Lustenau ging zwar durch Roni Waldo 37. in Führung, nach dem Seitenwechsel jedoch setzten sich die Lafnitzer dank Treffern von Maximilian Entrup 50. 53. und Mario Kröpfel 60. noch durch. Werbung Werbung Werbung